So, wir sind auf dem Weg zum Konzert. Mr. Baldwin ist our driver. Und jetzt geht's die Autobahn lang. Wir, das sind Papa Paul und ich. Hallo. Hallo. We have to make a report for the radio station because we wanted this concert and this trip. Okay, also wir melden uns wieder, wenn wir am Stadion angekommen sind. Wir machen uns wieder vor. Wir machen uns wieder. Wir machen uns wieder. Wir machen uns wieder. Vielen Dank.